Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme bzw. einer neuen Folge vom Let's Retro Minecraft Back to Game und ja, wir waren in der letzten Folge hier zu Gange den Gang ein bisschen zu bauen und da würde ich auch gerne weitermachen und ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen noch umbauen, damit wir auch genug Steine rauskriegen, die Erde nehme ich gleich weg, äh mit weg, wie auch immer. Ähm, 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 ja. Und ich glaube, wir müssen uns gleich schon die nächste Spitze machen, aber das sollte nicht allzu schlimm sein. Ja, in der letzten Woche ging es um schöne Tage und ich muss ja immer ein bisschen vorher aufnehmen, das heißt, ich muss mir jetzt viele Themen aussuchen, die ich dann in der nächsten Aufnahmesession bzw. ja, nachdem ihr mal Kommentare geschrieben habt, also vielleicht auch erst an der übernächsten oder in drei, vier Jahren. Ähm, ähm, aufnehmen kann. Äh, mit einem, blöb, die Kommentare nehme ich doch nicht auf. Ne, in der Aufnahme, dann kann ich die Kommentare erst irgendwie, ja, darüber reden oder sowas. Ja, ich würde es gerne jetzt schon machen, aber, naja, so viele Leute schauen es ja jetzt nicht, aber ich mache es trotzdem hier auf YouTube, auch wenn es wenig Leute schauen, weil ich muss sagen, ich habe einfach Spaß dran. Und vielleicht schaut es sich irgendwann mal jemand an und selbst wenn es sich nur einer oder zwei anschauen. Ich meine, selbst wenn es sich einer anschaut, dann schaut es sich einer an. Und ich meine, das ist ja eigentlich schon cool, wenn man weiß, man nimmt da was auf. Scheiße, jetzt ist die, jetzt ist die Axt, ähm, ach, Entschuldigung. Ähm, ähm, scheiße. Ah, so, ja, so wie man weiß, einer guckt sich das an, was man da fabriziert, einer guckt sich an, wie man spielt. Ich meine, das ist ja schon, stellt euch mal vor, hier sitzt einer neben euch, der euch die ganze Zeit zuguckt, der euch die ganze Zeit zuhört. Äh, ja, dann werdet ihr auch schon ein bisschen stolz drauf. Und ich, ich finde es einfach cool, dass man hier, ja, dass man sowas hier machen kann. So, das beginnt wir eben weg. Und ja, einfach diese Chance zu haben, hier was aufnehmen zu können, was hochladen zu können, dank YouTube. Das ist schon, ups. Das ist schon, ja, einfach riesig. Ich finde das richtig toll, einfach, ja, Videos aufnehmen zu können. Und hochladen zu können. Es macht mir sehr viel Spaß und mir ist es eigentlich total egal, wie viel zu schauen. Hauptsache, ich kann, ähm, ja, aufnehmen. Und ich kann das machen, was mir Spaß macht. Und das ist eben hier einfach das Let's Retro aufzunehmen, Let's Play. Weil, bald kommt ja jetzt auch noch, ähm, also wenn ihr das jetzt seht, ist es wahrscheinlich schon draußen, das, ähm, Let's Play Cities Skylines. Und ich meine, ich habe einfach Bock drauf, äh, drauf, das zu machen, das zu Let's Playen. Und ich meine, wenn ihr keinen Bock drauf habt, wenn ihr euch das nicht anschauen gucken wollt, ist es nicht mein Problem. Dann macht es einfach nicht. Ähm, ist mir egal, aber wenn ihr es euch anschauen wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Und ich freue mich über jeden, der das dann auch tut. Weil, ja, mir bedeutet das sehr viel. Und ich finde es einfach richtig cool, ähm, ja, wenn ihr euch das ja reinzieht. Auch wenn ich jetzt überhaupt nicht bekannt bin oder sowas. Ich habe auch gar keinen Bock, mich irgendeinem YouTube-Netzwerk anzuschließen oder sowas. Weil, ich finde es einfach unnötig. Ich mache das jetzt zum Spaß und das, das soll jetzt auch bleiben. Okay, monetarisieren die Videos vielleicht. Weil, einfach, ja, um halt ein bisschen Geld hierfür noch zu kriegen oder so. Aber das war es dann auch. Also, jetzt nicht unbedingt einfach nur, äh, das monetarisieren oder sowas. Würde ich jetzt nicht machen, um einfach nur Geld, 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 Geld. Weil, das, das wäre einfach unnötig. Das ist, das ist, das ist nicht richtig, sich so zu verhalten. Das finde ich einfach schade, wenn man Videos monetarisiert, einfach nur, nur um Geld zu kriegen. Ich meine, okay, jetzt gerade bei Let's Plays immer Spiele kaufen und sowas ist natürlich teuer. Und, ja, wenn man dann, wenn man das dann mal macht, finde ich das auch komplett in Ordnung. Wenn man dann, ja, die Videos monetarisiert und das Geld dann dafür, ja, für ein neues Spiel oder so verwendet. Ich finde das dann richtig gut. Aber, ja, das war es dann auch. Also, für ein neues Spiel, aber, oder Equipment halt, PC oder so. Aber, für mehr braucht man es doch nicht. Ich meine, ganz ehrlich, für was, außer Spiele oder sowas, wenn man es wirklich macht, für was braucht man es sonst? Okay, es gibt Leute, die leben davon, aber ich meine, fast keiner von denen hier zuschauen oder von den kleinen Leuten, mit denen ich mich jetzt hier vergleichen möchte, irgendwelche Leute mit, ja, 5, 6 Abonnenten oder sowas. Welche Leute, die am Anfang sind da von der ganzen Sache, die das hier wirklich ausschließlich auch Spaß machen. Ähm, ja, bei denen ist es halt so, ja, viel, manche machen es vielleicht dafür, ähm, monetarisieren die Videos vielleicht dafür, um einfach mal sich Geld zu kriegen. Aber dann frage ich mich wieder, das ist, dann, äh, sag ich mir wieder, das ist doch nicht richtig, sowas nur zu machen, bewegt, äh, das Geld deswegen. Weil, ich meine, wenn man keinen Spaß an der Sache hat, dann sollte man es einfach lassen und das nicht machen. Das ist meine Einstellung dazu. Und, ja, vielleicht verstehen die manche nicht, aber ich denke mal, viele von euch werden die verstehen. Und, ähm, ja, das ist die Hauptsache, dass man sich einfach mal so, ja, auch Gedanken vielleicht mal macht, über das Ganze hier. Warum macht man sowas und so? Gerade wenn jetzt ihr Zuschauer selber solche Videos macht. Warum macht ihr die Videos? Macht ihr sie einfach nur, weil ihr, macht ihr sie, weil ihr Spaß dran an der ganzen Sache hier habt. Oder macht ihr sie, ja, einfach nur Geld, 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 Geld. Das würde mich nicht mehr so interessieren. Ja, wir haben es schon, wenn ihr dazu was in die Kommentare schreiben würdet. Würde mich selber freuen. Ja. So, dann jetzt mal wieder hier zum Spiel. Ich werde den Durchgang hier, werde ich lassen, da vorne. Sieg nochmal. Genau so werde ich das machen hier. Den Weg runter kann man ja so lassen. Könnte ich hier theoretisch noch mit. Das mache ich auch. Kommt hier einfach eine Tür rein. Passt schon. Weißt ja, von hier. Dann bauen wir uns ein kleines Räumchen hin oder so. Muss ich mal schauen. Ich mache das hier jetzt erstmal folgendermaßen. Und zwar so, dass hier keiner mehr hochkommt. Hier ist es ja jetzt eigentlich egal. Jetzt muss ich mal gucken, ob das oben mit dem Haus anpasst, wenn wir hier so einen Dreiergang haben. Aber es sollte eigentlich genau mit den Wänden hinpassen. Äh, hinkommen. Dafür brauchen wir dann nur noch massig an Holz. Ja. Genau. Also das sollte dann. Ja, direkt kenne ich den noch nicht so breit machen. Aber nach einem Stück könnte ich den so breit machen. Oder ich lasse den Halter bis zum Mittelteil. Eins breit, das ginge eigentlich auch. So, jetzt haben wir einiges an Le Cobble. So. Komm, machen wir es so. Erde habe ich hier noch gar nicht drin in der Kiste. Fällt mir gerade mal so auf. Ach komm, wir machen jetzt folgendes. Erde und Cobble kommen komplett aus der Kiste hier raus. Zwei, drei. Stein können wir hier ruhig drin lassen. Aber ich möchte halt sowas hier raus haben einfach. Machen wir das mal so, so, so. Eine Feder noch da rein. Hallöchen, Herr Skelett. Und ich würde sagen, da draußen sind schon etliche Bäume jetzt gewachsen. Bist du noch zu retten? Gibt es schon Steintreppen? Ja, Cobbeltreppen gibt's. Ich bin am überlegen, ob ich ab da Cobbel nehme. So. Machen wir das mal. Das ist total ungleichmäßig verteilt. Okay. Nehmen wir erst mal 20 Treppen mit. Ja, doch, ist okay. Erst mal zum Ausprobieren. So, lauf, 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 lauf. Und ich muss ja den Tunnel ein bisschen höher machen. Das könnten wir auf dem Rackweg schon mal machen. Dann können wir noch in der Folge schon mal ein bisschen weiter arbeiten. Aber ich muss sagen, ich wollte eigentlich nur eben schnell eine Folge aufnehmen, weil ich jetzt, ganz ehrlich gesagt, heute auch mal nicht so viel Lust dazu hatte, hier irgendwie noch viel aufzunehmen. So. Ich muss sagen, ganz gut. Da kommt hier noch eine Fackel hin. Dann ist der Gang noch erstmal ein bisschen beleuchtet. So, ich hätte die Wände hier komplett aus Cobbel, glaube ich, bauen. Ja, doch. Komplett aus Cobbel. So, hier kommt der Spawner hin. Jetzt hätte ich gerade Glas mitnehmen können. Wie ich den ausbaue, wie gesagt, weiß ich nur nicht genau. Lass ich erstmal so. Das hier gefällt mir gut. Das könnten wir hier eigentlich auch so lassen. Wobei ich dann sagen würde, hier bauen wir uns so eine kleine. Ups. Alter. Setz die Fackel erst mal hier. Dann würde ich sagen, um das hier gleichmäßig zu haben, bauen wir uns hier so eine kleine Station oder so rein. Dann wird das ja später so aussehen. So. Da kriegen wir natürlich gleich mehr von. Von de Cobbel. So. Haben wir hier drei hoch, genau. Da müssen wir schauen. Ab hier haben wir wirklich eine vernünftige Deckmühre. Dann bauen wir uns die Fackel muss weg. Jetzt hier ist mal da. Können wir uns hier eine Tür reinbauen. So. Dann von hier kommen wir runter. Das heißt, hier kommt genau dieselbe Säule nochmal hin. Auch mit einer Tür. Nach hier. Machen wir die Wand hier. Dabei machen wir so. Dann bauen wir das hier genau symmetrisch. Du musst wissen, symmetrisch ist bei mir, gerade bei so manchen Sachen, extremst wichtig. Sonst kriege ich manchmal so richtig Anfälle, wenn es nicht symmetrisch ist. So. Haben wir hier eine Tür. Hier eine Tür. Und die Rückwand. Hauen wir mal hier hin. So. Dann haben wir hier wirklich in jede Richtung einen Ausgang. Das sieht auch ganz gut aus. Dann, ich mache uns nochmal eben einen Crafting Tapen. Der wird dann hier auch zur Einrichtung gehören. In dem Crafting Tapen machen wir uns mal ein paar Treppen. Super. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Ich packe die Melm unten rein. Eine Treppe noch. Super. Und dann mit vier. Die eine hat jetzt gereicht. So. Was wir dann aber machen können, ist hier nochmal mit Holz ausbauen. Zack, 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 zack. Wenn ich da die Tür ab runter, dann geht es zum Holzblock. Und wenn wir den jetzt verschwendet haben, dann ist es doch okay so. Genau. Vier, acht, zwölf. Genau. Jetzt können wir schon mal zwei Türen. Noch eine. Upsala. So, drei Türen. Nummer eins. Nummer zwei. Und warum gehe ich da jetzt? Egal. Nummer drei. So, dann haben wir unten nochmal so einen kleinen Raum einfach. Von dem aus wir da in jede Höhle kommen, hier. Können wir uns hier auch noch so ein kleines Lager reinmachen. Und ich lasse es jetzt erstmal dabei. Bei dem. Ich lasse es jetzt erstmal bei dem, was wir hier haben. So würde ich sagen. Ähm. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Meiner Meinung nach. Der wie ich hier ist auch erstmal okay. Und dann würde ich sagen. Wie haben wir? Neun. Passt doch. Dup, 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 dup. Der Ofen kommt noch darüber. Können wir uns hier nur eine Kiste hinsetzen. Oder die Kisten kommen unten hin. Auf jeden Fall. Und das ist hell. Das heißt, wir gehen jetzt hoch. Ich packe nochmal eben die Sachen weg. Die überflüssig sind. Und dann beende ich die Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann hier draußen an die Bäume. An die Bäume. Das hört sich an die irgendeinen Namen von irgendeinem komischen Schlagersänger oder so. Jo. Und jetzt kommt an die Bäume. Ne. Natürlich nicht. So. 32. Ja, dann würde ich sagen, wir nicht mal eben kurz die Aufnahme. Und dann gehen wir noch Holzhaken. Danke fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Aufnahme. Ich hoffe, ihr mögt den ganzen Scheiß. Ich hoffe, ihr tut euch das an. Ja. Dann danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.